Die Chewie ist jetzt auf 304... Ja, 304... Aber hat das Gänge so weit oben? Das Hang Chewie. Das ist fast auf der rechten Seite. Nein, ich meine aus meiner Sicht. Das ist auf der Hälfte des Screen. Weil das Dings... Das äh... Das andere Skull, die hat er viel tiefer. Ja... Ich habe noch das Schwert drin gehabt, sonst bringt mir hier gänzlich wenig. Ja... Wow... Sniper-Empfindlichkeit ist richtig hässlich zum Vergleich zum... ...Division. Ja... Ja... Ja, er ist fast da. Ich habe gesehen, er ist da. Ja... 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 Das ist heute der neue Saaltier. Heute ist es. Wir können sonst noch die Saaltier übertragen, wenn wir es noch nicht drin haben. Ausser die, die wir nicht haben. Das erste, was man von mir im Stream gehört, ist das Sterbende Huste. Sterbende Huste? Das wäre so das Letzte, oder? Übrigens, ich habe gestern noch den Stream nachgeschaut, wo Gronkh bekannt gibt, dass er mit Pan zusammen ist. Es ist total geil, wie er es macht. Ich muss ihm recht gerne. Es ist wirklich total offensichtlich in allen Folgen, die er mit ihnen gestreamt hat. Das war wirklich offensichtlich. Ja, das ist einfach eine Bestätigung. Was haben wir für einen Modifier denn? Ich habe mich nicht geachtet. Ich bin wie vorhin. Jetzt sind wir dieselben. Ja, sie. Ah ja, im Fall ja sie. Steu das Feuer, das ist selten wie. Nö. Ich bleibe hangen, ich bleibe hangen. Ich bleibe angerrt. Ich kira sehr schnell. Ich würde auch nicht drüber rum geben. Ah, du hast Feuer. Werde Defender Titan hier keine schlechte Wahl hier, kann das sein. Oh Mann, er hat das Fouli. Er hat mich einfach mit. Er hat mir das Feuer abgeschossen. Wow, er hatte die Hälfte vom Leben. Die Hexe gibt mir One-Shot. Hast du das gelobt? Du gehst in den einen... ...das Ding drin, das Schild. Machst du, sorry. Du gehst in den Turntin. Ja, das ist eigentlich ein Schlechtes mehr. Ja, du hast die Lassung eingehen. Ja, Waffen durch. Cylon, the Defiled. Thirsts for your lives. Ja, sie haben einfach mit dem Scout-Wert drauf. Ich weiss nicht mehr, was die Bosse für Mechaniken haben. Das ist ein neuer Boss. Du hast es vorher gesehen. Oh Mann. Der spielt Flammen. Der spielt Flammen. Der spielt Flammen, die die Fouren damage hat. Ja, und sie bleiben einfach. Nein, wir sind zwei Level drunter. So, das ist Lichtlevel 320 gewesen, eigentlich für das Ding. Äh... Wieso? Ich bin nicht mal im Feuer gewesen. Woh, das stimmt. Wir schaffen es eventuell, weil der Primärwaffen-Schaden-Multiplikator drin ist. Weil wir gerne viel mehr Schaden machen, als eigentlich der. Nein! 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 Ich bin nicht mal direkt mit dem Feuer. Mit den Schildern kann man das Feuer wegmachen, wenn ich nicht mehr so glaube ich. Oh nein, er ist schon noch dort. Hast du dich schäfe gemacht? Sollte der Boss nicht einmal. Wir sollten vielleicht mal die Hexen loswerden. Ein Hexenstrahl. Die anderen haben wir so viel. Hexenstopp, Herr Hasen. Achtung Hexen. Achtung Hexen. Ah Mann, nicht schon wieder die Batterien des Kontrollens. Achtung Hexen. Weisst du, sie können Feuer machen. So fühlt sich das an. Superkill. What the what? Achtung Hexen. Das macht die Bauern nichts, oder? Nein, ich habe nur die Hexen weg. Nicht gegen ihn. Ja, wenn wir auf die Punkte giechen sollten, wir hätten schon das angenommen. Aber... ...die Leer darauf haben, es einfach zu schaffen. Wow, egal. Jetzt haben wir zwei Leer darauf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben noch einen. Ultrakill habe ich gerade bekommen. Also der Raidsniper hat mir jetzt gar nicht so schlecht durch, vielleicht um ihm Damage zu machen. Wieso, wieviel Schaden hast du ihm von Schuss gemacht? 4,5. Ich habe mit dem Scout 2,5 gemacht. Und das hat ein 20er Magazin und schiesst schnell. Also... Ja, gleich schnell wie der Raidsniper. Ja, die Frage ist eben, ob ich die Insel reingehe. Wahrscheinlich ein wenig mehr. Touch of Malice. Nein, du stirbst schon so genug. Ja... Das Touch of Malice ist auf 13. Wegen dem, meine ich nicht wegen dem anderen. Und was das gerne umbringt. Das bringt dich trotzdem um. Ja, mach schon. Also... Außer du ladest einfach nach, sobald du auf einem Schuss bist. Ja... Nein, du musst es wissen. Wenn du damit umgehen kannst, dann brauchst du es. Ja... Die Chance ist natürlich schon relativ hoch. Weisst du, dass man es vergisst. Das nachladen. Aber du musst es wissen. Wow! Schockgranaten! Das war nicht mal von ihm. Lass mich liegen lassen. Spam mich mit 20 Sekunden. Der hat, wenn es dir hier so geht. Ja... Macht keinen Sinn, da vorne zu kommen. Es sind noch 7. Spam. Respawn. Okay, ich spammen sogar hier hinten. Ja... Das war nicht der. Das war nicht der. Das war nicht der. Der hat immer ein wenig Schaden. Für das vermisse ich eigentlich... ...an Blackhammer sind Stings. Wir hätten 2h machen... Machen Wir Schaden mit einem Skadi. Rahmen! Hä? Hä? Ich habe im V1 ins Auge geschossen und habe so Crit-Things bekommen. 2.000 etwa. Ja 1.9, 1.31, 1.37. Ja, willst du mich verarschen? Was? Waffendes Licht. Waffendes Licht. Es machen 3.000 Schaden. Schiessen alle rein. 2.6. Wow, von der anderen Seite ein Sniper hat mich. Ah, das Raid-Scouting gäbe es natürlich auch noch. Ja, sie hat eigentlich schon gesehen, dass die Gegner auch Angst verziert sind. Ja, ja. Ja. Eigentlich, wenn der Modifier nicht wäre, wäre das hier tatsächlich eine Herausforderung. Oder so. Vor allem ist es schon in der ersten Woche so nicht. Wenn er möchte... Also ein Aus-Scheid-X. Gut, aber... ...der müsstest du konstant mithalten, ja. Ein Aus-Scheid-X-Kampf. Also eigentlich kein Aus-Scheid-X-Kampf. Also eigentlich kein Aus-Scheid-X-Kampf. Ich möchte mich noch erinnern, wo es Neues gewesen war, Prison of Elders. Erste Woche von Build-Modifier. Ja. Bei allen Horden. Hier kein Boss. Ja. So, ja, merci. Huren Tausenfolger. Huren Tausenfolger. Huren Tausenfolger. Ich habe bis jetzt bei fast allem gemacht. In der ersten Woche, äh, Huren Tausenfolger. Ja. So ein... So ein falsches Ding. So ein falsches, äh... Nifu, geh schon raus. Nein. Mal schauen, was wir bekommen. Hä? Im Markkopf, irgendetwas, was ich nicht bekomme. Was ist das? Was habe ich nicht bekommen? Ich habe gar nicht gelegt, was das ist. Ja, jetzt sage ich. Ja, nein. Besser. Komm, Arsch. Was haben wir bekommen? Ja. Ja, langsam arbeite ich so. Was? Jetzt habe ich zwei Gear-Teiler bekommen, die ich brauchen kann, bin ich jetzt gleich auf 310. Braucht einfach mal einen harten Fakt. Ja, ich habe einen Ton auf. Ich habe einen Ton aufgefangen. Mach ihn gerade weiter. Was? Ja, was gemein. Oder? Jan. Jan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017